Als nächstes schauen wir uns mal einen Wahlteil, Wahlteil 2008, Analysis I1 an. Hier ist die Aufgabenstellung ausschnittsweise wiedergegeben, die Sie zur Vertiefung Ihrer Übungen einfach nochmal durchrechnen sollten. Hier heißt es, ein Tal in den Bergen wird nach Westen von einer steilen Felswand, nach Osten von einem flachen Höhenzug begrenzt. Der Querschnitt des Geländes wird beschrieben durch das Schaubild der Funktion f mit diesem Funktionsterm hier. Wobei x im Bereich minus 2,5 bis plus 5 dargestellt wird. Die positive x-Achse weist dabei nach Osten und eine Längeneinheit entspricht 100 Metern. In Aufgaben Teil A soll man nun eine Stelle an der östlichen Talseite bestimmen, die am steilsten ist und dann die Stelle, an der die westliche Talseite gleich steil ist. Kommen wir jetzt also zur Lösung dieser Aufgabe. Zunächst ist es natürlich immer sinnvoll, sich den Funktionsgrafen von f von x mit dem GTR zeichnen zu lassen. Dann sehen Sie, wie diese Talseite oder das Tal hier beschaffen ist. Wir haben auf der linken Seite die Felswand sozusagen. Das heißt, im Westen wird das Ganze hier durch diese Felswand hier begrenzt. Und im Osten, sprich auf der rechten Seite, wird das Tal durch diesen Höhenzug hier begrenzt. Nun war auf der östlichen Talseite eine Stelle gesucht mit der stärksten Steigung. Und das können Sie hier im Graphen sehen. Wir haben auf dieser Position eine gewisse Steigung. An dieser Stelle x haben wir eine höhere Steigung. Hier haben wir ja eine stärker ansteigende Tangente. Und irgendwo an dieser Position haben wir die stärkste Steigung. Die Frage ist, wie können wir das ermitteln? Nun, Sie wissen vielleicht aus dem Zusammenhang zwischen Ableitungen und Schaubildern von Funktionen, dass wenn Sie die Ableitungskurve mit dem GTR zeichnen lassen, dass dann der Hochpunkt oder der Tiefpunkt die Stelle der steilsten Steigung wiedergibt. Das ist nichts anderes als der Wendepunkt hier in der ursprünglichen Kurve. Damit ist das Vorgehen auch schon klar. Sie lassen sich einfach mit dem GTR hier den Graphen der Ableitungsfunktion zeichnen. Sie gehen dabei so vor, dass Sie den Funktionsterm von f zunächst mal bei y1 im y-Editor eingeben. Und dann bei y2 geben Sie ein n-Derive y1,x,x. Mit Graph können Sie dann im Intervall minus 4 bis 6 und im y-Intervall auch von minus 4 bis 6 die beiden Kurven zeichnen lassen. Das ist also der Ausschnitt des Geländes, der Graph der Funktion f von x und hierzu gehört die Ableitungskurve. Anschließend können Sie mit Second Calc Maximum das Maximum hier in dieser Ableitungskurve an dieser Stelle bestimmen. Und wenn Sie das machen, bekommen Sie die Position bzw. den x-Wert x gleich 2. Nun muss man einfach nur nach unten weitergehen. Man braucht ja noch die y-Koordinate des Wendepunktes. Das ist aber eben nicht die y-Koordinate hier von der Ableitungskurve, sondern die y-Koordinate hier unten von der Originalkurve. Man drückt einfach Pfeiltaste abwärts, damit der Cursor oder dieser Punkt hier auf die andere Kurve überspringt und kann dann den Funktionswert, die y-Koordinate, entsprechend ablesen. Auf jeden Fall bekommen Sie so den Wendepunkt. Der liegt dann bei der x-Koordinate 2, y-Koordinate minus 1,125. Nun war noch gefragt, an welcher Stelle auf der westlichen Seite dieselbe Steigung vorliegt wie hier auf der östlichen Seite im Wendepunkt. Und dazu müssen wir uns natürlich zunächst mal die Steigung hier im Wendepunkt bestimmen. Nun, wir hatten die Koordinate bereits ausgerechnet. Der Wendepunkt hatte die x-Koordinate 2. Wir müssen also hier die Steigung für x gleich 2 bestimmen. Das machen wir natürlich mit der ersten Ableitung. Mit dem GTR können wir dann berechnen f' an der Stelle 2 und erhalten einen Zahlenwert von 1,5. Wir suchen somit auf der westlichen Talseite eine Stelle mit der Steigung minus 1,5. Denn wenn Sie sich die Steigungen hier auf der rechten Seite ansehen, hier haben wir ja nur positive Steigungen und auf der linken Seite haben wir nur negative Steigungen. Insofern ist die Formulierung, dass man die gleiche Steigung auf der linken Seite finden soll, vielleicht etwas ungünstig. Es wäre geschickter gewesen zu sagen, dem Betrage nach die gleiche Steigung. Auf der linken Seite im Westen gibt es hier nur negative Steigungen, hier auf der rechten Seite im Osten nur positive Steigungen. Aber es hängt natürlich immer auch vom Standpunkt des Beobachters ab. Wenn ich als Beobachter hier in der Talsohle stehe, dann kann ich mich wenden, wohin ich will. Wenn ich mich nach rechts wende, muss ich mich immer bergauf bewegen. Das heißt, ich habe immer eine positive Steigung zu bewältigen. Wenn ich mich nach links bewege, muss ich auch bergauf gehen. Und dann habe ich auch wieder positive Steigungen zu bewältigen. Es hängt immer von dem Standpunkt des Betrachters ab. Die Formulierung, die gleiche Steigung, ist insofern eben ungünstig, aber eben auch nicht falsch. Gut, wir haben somit die Steigung an der Stelle x gleich 2 mit dem Wert 1,5 bestimmt. Und da wir ja noch vom GTR her die entsprechende Zeichnung der Ableitung der Kurve hier stehen haben, suchen wir jetzt auf dieser Ableitungskurve einen y-Wert von minus 1,5. Wir sollen ja auf der linken Seite eine Stelle finden mit derselben Steigung, in dem Fall aber eben mit minus 1,5. Und das kann man mit dem GTR genauso einfach machen, indem man dann bei y3 den Wert minus 1,5 eingibt. Und das ist ja nichts anderes als eine Gerade, die man sich dann auch zeichnen lassen kann. Diese Gerade schneidet die Ableitungskurve an einer bestimmten Stelle. Und an dieser Stelle haben wir dann eben den Wert minus 1,5 bei der Steigung. Sie müssen also letztendlich den Schnittpunkt dieser Geraden y gleich minus 1,5 mit der Ableitungskurve bestimmen. Und das können Sie mit Second Calc Intersect. Wenn Sie das entsprechend ausrechnen, erhalten Sie die x-Koordinate minus 0,828. Eine y-Koordinate brauchen wir nicht, denn es war ja nur nach der Stelle mit der gleichen Steigung gefragt. Insofern haben wir jetzt die Antwort. An der Stelle x gleich minus 0,828 hat die westliche Hangseite betragsmäßig dieselbe Steigung wie im Wendepunkt. Nun noch ein Ausschnitt aus dem Wahlteil 2010 aus der zweiten Analysisaufgabe. Hier sind zwei Funktionen f und g vorgegeben. f mit dem Funktionsterm 1 minus Cosinus pi x und g mit dem Funktionsterm g von x gleich ein Zehntel mal 4 minus x mal f von x. Ihre Schaubilder sind Kf und Kg. Das Schaubild Kg beschreibt im Bereich von 0 bis 4, also auf der x-Achse von 0 bis 4, die Seitenansicht einer Minigolfbahn, die eine Doppelwelle als Hindernis enthält. Die Längenangaben sind in Metern und gespielt wird von links nach rechts. In Aufgabenteil a soll man beschreiben, wie man Kf, das heißt die Kurve bzw. das Schaubild der Funktion f, aus dem Schaubild der Cosinusfunktion erhalten kann. Man soll außerdem den höchsten Punkt der Bahn berechnen und in Aufgabenteil b wird gefragt, an welcher Stelle der Bahn muss der Ball die größte Steigung überwinden. Nun im ersten Aufgabenteil soll man die Funktion f von x, die ich Ihnen hier nochmal vorgelegt habe, aus der Cosinusfunktion herleiten. Was muss man also tun, wenn wir mit Cosinus starten, damit wir zu diesem Funktionsterm f von x kommen? Nun, die Cosinusfunktion sieht im Schaubild ja zunächst mal so aus. Nun im Funktionsterm steht ja hier nicht Cosinus x, sondern Cosinus pi x. Das heißt, wenn wir hier von Cosinus x überwechseln zu Cosinus pi x, wird nichts anderes gemacht, als dass die Frequenz der Cosinusfunktion geändert wird. Wie genau geht das vor sich? Sie wissen ja, dass im Bereich von 0 bis zur Stelle 2pi die Cosinusfunktion genau einmal schwingt. Wenn wir aber im Argument mit einem Wert mal nehmen, dann verändert sich die Schwingung bzw. die Frequenz. Nun müssen wir uns also überlegen, was passiert, wenn wir das x hier mit dem Wert pi mal nehmen. Dann aber passiert nichts anderes, als dass die Funktion im Intervall 0 bis 2 einmal schwingt. Das heißt, wir beginnen hier bei 0 und dann ist eine Schwingung an der Stelle x gleich 2 vollendet. Denn wenn wir hier die 0 einsetzen, haben wir Cosinus 0 und wenn wir den Wert 2 einsetzen, dann haben wir Cosinus 2pi und das ist dasselbe wie Cosinus 0. An dieser Stelle ist die Schwingung einmal vollendet. Dadurch haben wir die Frequenz jetzt verkürzt, sozusagen, so wie jetzt hier dargestellt. Und wir müssen aus dem Cosinus px im nächsten Schritt noch ein Minuscosinus px machen. Das ist aber nichts anderes als eine Spiegelung an der x-Achse. Das heißt, diese Welle, wie sie hier dargestellt wird, wird an der x-Achse einmal umgeklappt und sieht dann so aus. Im nächsten Schritt müssen wir den Funktionsterm, den wir jetzt hier erhalten haben, einmal um eine Einheit nach oben schieben. Und eben das ist nichts anderes als eine Verschiebung um 1 in y-Richtung, was sich im Funktionsterm durch den Wert plus 1 niederschlägt. Und damit haben wir f von x erreicht. Nun war noch der höchste Punkt der Minigolfbahn gefragt. Und die Minigolfbahn wird ja durch den Graphen der Funktion G dargestellt. Und Sie zeichnen sich diese Funktion zunächst mal mit dem GTR. Dann haben Sie etwa diese Darstellung und Sie können anschließend mit der Tastenkombination Second Calc Maximum im Bereich von 0,1 in etwa bis 1,5 den höchsten Punkt hier bestimmen. Sie erhalten die x-Koordinate, wie man sie hier ablässt, mit 0,934. Und Sie müssen diese x-Koordinate natürlich nochmal in die Funktion G einsetzen, um die y-Koordinate zu erhalten. Natürlich können Sie die y-Koordinate auch hier am GTR ablesen. Die wird ja ebenfalls hier dargestellt. Sie bekommen also den höchsten Punkt der Minigolfbahn an der Stelle 0,934 mit einer Höhe von 0,6. Und da die Höhe in Metern gemessen wird, ist es nichts anderes als etwa 61 Zentimeter. Die Minigolfbahn hat somit eine Höhe von etwa 61 Zentimetern. Nun war noch in Aufgabenteil B die Stelle der größten Steigung gefragt. Das ist nichts anderes als die Formulierung für einen Wendepunkt. Stellen der größten Steigung oder des stärksten Gefälles sind nichts anderes als Wendepunkte. Hierzu lassen Sie sich einfach die Ableitungskurve von G mit dem GTR zeichnen. Sie müssten dann eben die Funktion n-derive im y-Editor verwenden von Ihrem Funktionsterm, Komma x, Komma x und Sie lassen sich die Ableitungskurve entsprechend zeichnen. Das habe ich Ihnen hier dargestellt. n-derive y1, Komma x, Komma x und Sie müssen bei y1 natürlich den Funktionsterm von G eingegeben haben. Nun die Stelle der größten Steigung bedeutet, dass eben auf dieser Ableitungskurve das Maximum gesucht werden muss. Dieses können Sie dann mit Second Calc Maximum, z.B. im Intervall 0,2 bis 0,7 ermitteln. Sie erhalten einen x-Wert 0,443 und einen zugehörigen y-Wert 1,017. Das bedeutet nichts anderes als das an der Stelle 0,443, das heißt bei etwa 44 cm die höchste Steigung überwunden werden muss in dieser Minigolfbahn. Und der Wert dieser Steigung, wenn wir Ihnen Prozent angeben, ist das nichts anderes als 101 % in etwa. Lassen wir mal die Nachkommastelle weg, dann bleiben wir bei etwa 101 %. Wenn wir aufrunden wollten, dann wären das natürlich hier 102 %. und es geht auch um 10 %. 10 Uhr in Sophie